Was sind zwei Fragen, die mich faszinieren? Es sind eigentlich zwei Fragen, die mich faszinieren. Mein Fach ist die pädagogische Psychologie. Und dieses Fach hat sich mit gutem Grund und mit viel Erfolg sehr intensiv damit befasst, wie Menschen in der Schule lernen. Nun ist es aber so, dass vieles von dem, was wir über Wissenschaft hören, was wir über Wissenschaft lesen, in den Medien, im Internet, weit über das hinausgeht, was wir in der Schule an Themen behandelt haben. Und ich finde es faszinierend, besser zu verstehen, mit welchen Fähigkeiten, mit welchen Voraussetzungen Menschen eigentlich ausgestattet sind oder ausgestattet sein sollten, um mit solchem Wissen, das eigentlich über ihr Verständnis hinausgeht, umzugehen. Das ist das eine Thema, das mich daran sehr fasziniert. Und das andere ist die Rolle des Internets für das, was wir Allgemeinbildung nennen, besser zu verstehen. Gemeinsam mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen bin ich sehr davon überzeugt, dass das Internet in ganz grundsätzlicher Weise das, was an Bildung erforderlich ist, verändert. Es verändert unsere Vorstellung von Bildung, von Allgemeinbildung, deshalb, weil plötzlich so unermesslich viel Information verfügbar ist, aber auch, weil plötzlich die Anforderung entsteht, zu entscheiden, was von all dem eigentlich wichtig, was richtig und was passend für das ist, was ich für die Erklärung meiner Welt und für die Bewältigung meiner Probleme benötige.